Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part WoW. Ja, wir befinden uns in den Zetekhallen. Ja, ich habe es endlich gedacht, jetzt Tank anzumelden. Ich sehe sogar, ich habe hier Quest. Das ist sehr schön. So, ich hoffe es funktioniert einigermaßen, wenn ich hier tanke. Ich hoffe es. Es wäre ganz schön. Und ja, was könnte ich denn, was wollte ich noch erzählen? Ich habe es vergessen. Ich bin geliebt. Ich nehme einfach mal alle mit. Warum auch nicht? Bringt ja EP. Und EP ist ja nie schlecht. So, äh, die hier angreifen. Nicht hier irgendwas anderes. Noch mal das Totem da weg. Inwie bin ich heute richtig dumm. Irgendwie sehe ich immer nichts. Also ich sehe nicht gescheit, ähm, wo die sind. Wo die stehen. Also ich weiß nicht, was ich beschreiben. Ich bin irgendwie richtig doof heute. Ich weiß auch nicht, was ich hier rede. Bitte verzeiht mir. Ähm, äh, äh, nicht betören, bitte. Äh, das ist nicht so gut. Kann ich mich vielleicht jetzt mal wieder bewegen? Hallo? Danke? So, das brauche ich nicht. Ähm, wo geht es denn hier lang? Muss ich erst mal schauen, wie das hier alles funktioniert. Na, ich kenne mich hier ja nicht aus. Ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr getankt. Deshalb muss ich jetzt erst mal wieder gucken. Du bleibst da. Du auch. Du bleibst auch da. So, einmal heilen. Gut, immer kurz gucken, wo ich bin. Wo ich hin muss. So, ähm, haben irgendwie alle Magier diesen Hut? Kann das sein? Also alle Anfangsmagier. Die kleinen. Irgendwie schon, ne? Weil diese Kapuze... Ich bin echt so im Trend bei den Magiern. Ist gerade innen. So. Der fliegt weg, auch gut. Freu ich nicht. Da sind vielleicht ein bisschen viele. Ähm. Eieieiei. Ich habe noch von allen die Agro, ne? Ja. Was machen wir das hier eigentlich? Verringert den magischen Schaden. Ähm. Schützt euch vor jedem Schaden. Und... Äh. Ah, damit kann ich Schaden machen und, äh, verringere noch meinen. Cool. Das ist natürlich sehr praktisch. Was greift denn nicht da rein? So. Schwupp. Einmal hier ruhig. Soll ich das vielleicht öfter mal anwenden, ne? Wenn ich dadurch weniger Schaden bekomme. Ähm. Was ist das hier? Ah, cool. Das heißt, ähm. Das heißt, ähm. Oder Herrlichkeit ist es. Das heißt, es macht dann, äh. Mehr. Das ist irgendwie stapelbar. Wie ich das hier sehe. Schon zweimal. Und dann, je mehr heile ich mich auch. Oder wie? Also, auf je mehr Gegner ich dieses, äh, Ding mache, desto mehr heile ich mich. Das ist ja gut zu wissen. Äh, ja. Neh ich mal mit. Was machst du? Eine Maske aufheben sollen. Befreit. Befreit. Befreien. Wer hat das jetzt bekommen? Neh. Ah, ja. So. Einmal hier durch. Irgendwie sind vielleicht ein bisschen zu viele. Und da brauche ich drei heilige Kraft. Okay. Oh, das war zu viel. Schande. Seelenstein nutzen. Finde ich cool, Seelensteine. Ähm. Kiki God wie wild. So. Von wem hast du denn Agro? So, jetzt. Alles gut? Alles gut. So, was gibt's hier zu tun? Ähm. Kobold. Kobold Augen. Bitte nicht vorrennen. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen langsam, aber das wird mir ja wohl der Bank. So. Wir haben noch Zeit. Nicht hetzen. Gut. Seit der letzten Minecraft-Aufnahme gucke ich immer panisch auf meinen Aufnahmezeichen da oben. Ich hab immer Angst, dass das wieder nicht funktioniert hat oder so, weil ich nicht fest genug geklickt hab. Oh, jei, jei, jei. So. Aber es ist ja cool, dass ich das, ähm, damit das stärker machen kann. Das wusste ich nicht. Das ist natürlich echt cool. Ähm, ich mach mich mal schnell. Schwulup. Ähm, das ist doch das, wo man, äh, HC oder so, diesen, äh, Vogel da bekommen kann, oder? Da. Genau. Den Schreckensraben. Boah, das hab ich lange versucht und hier einfach nicht bekommen. Irgendwann hab ich's aufgegeben, weil ich hab bei sowas nicht so viel, ähm, Geistes, äh, Ausdauer? Geduld? Ihr wisst schon, was ich meine. So sehr will ich ihn dann auch. Nee, dass ich das jetzt, ne? Dass ich irgendwie 3000 Mal hier durchbrenne. Ich glaub, ich bin 20 Mal durchgelaufen und dann hatte ich keine Lust mehr. Was gibt's hier? Nix. Du bleibst hier. So, einmal heilen. Ich krieg einen Gürtel, den ich nicht brauche. Auch gut. Wer da... Oh. Oh, toll. Verängstigt. Als würd ich mich vor sowas verängstigen lassen. Das ist totaler Quatsch. Äh. Hilfe, ich häng hier ein bisschen... Wo häng ich denn jetzt? Kann ich mal hier runter? Mein Gott. Wo bin ich denn jetzt? Okay, Moment. Erstmal hier vor allem schützen. Schwupp, schwupp, schwupp. So. So. Immer langsam mit den Jungen fähren. Alles gut. Gut. Alles gut. Koboldauge. Kobold. Kobold. Ich bräuchte allerdings noch mehr davon. Könnt ihr mal da bleiben, bitte? Krieg ich denn jetzt die anderen her? Ist sie sonst noch wo? Ja, hier überall. Okay. Schwupp, schwuppdiwupp. Aber hier endet es schon. Ähm. Moment. Ähm. Die, ist hier noch eins? Nee. Moment gesagt, ne? Also ist nicht meine Schuld, wenn ihr pullt. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken hier nach den Äuglein. Huh. Jetzt hänge ich hier fest. Weil ich möchte ja schon gerne die Quest abgeben. So ist es ja nicht, ne? Hier ist ein Auge. Okay. Ich hab hier jetzt wieder ganz verpennt hier, weißt du? Weil ich so in... Da vorne ist noch eins. Weil ich so in... Im Rausch war vom Tanken, dass ich nicht ganz vergessen habe, dass ich vielleicht auch den Zeug hier looten soll. Ah, jetzt hab ich den ganzen Schmarrn da aufgenommen. Dass ich das Zeug vielleicht auch mal looten sollte. Das ist ja vielleicht eine Idee. So. Ähm. Jetzt muss ich wieder zurück. Hui. Mensch, dass Leute sich einfach mal ein bisschen mitdenken können. Äh, jetzt hänge ich hier fest. Jeder vergisst doch mal zu looten, ne? Das wäre das so... Was? Oh, was ist das? Nee. Denkt mal mit. Denkt mal mit, Leute. Beim Spielen. So, wenn ich jetzt hier nicht überall festhängen würde, dann wäre das nice. Dass ich noch in diesem Leben ankomme. Und wenn ihr nicht ständig pullen würdet oder mal ein bisschen warten, wäre das auch nice. So, ich bin hier. Ich hab mein Zeug. Schwupp. Das scheiße, dass es den, äh, Vogeln nicht auch hier gibt. Also schon in. Ne? In, äh. Na. Ne? Wisst ihr schon, was ich meine? Hier so, ne? Ja. Ich weiß doch nicht, was ich rede. Ich kapier doch nicht. Ich bin doch doof heute. Immer. Generell. Geht's mal hier los. Das ist gar nicht wie lange. Äh. Schon wieder aufnehmen. Ich hoffe nicht so lange. Der letzte Part war schon 17 Minuten. Ich wollte hier gar nicht so, äh, verängstigt. Ja, pull die ganze Reihe. Ist gar kein Problem. Ähm. Ich wollte wie gesagt nicht so lange Parts machen. Weil ich sonst mit dem Hochladen nicht mehr fertig werde. So, jetzt sterbe ich hier, weil ich verängstige natürlich alles Pulle. Jetzt hänge ich hier irgendwo im Gebüsch. Ist auch nice. Äh, Mensch, Mensch, Mensch. So. Jetzt bitte einmal hier die ganze Reihe ranziehen. So. Das blöde Verängstigtsein, ey. Aber das... Ähm. Kann ich irgendwie immer entrücken, oder? Kann das sein? Ähm. Okay. Für alles muss man ein bisschen... Das wollte ich eigentlich jetzt nicht... Äh, betäuben. Oh mein Gott. Dieses Verängstigtsein... Ist extrem nervig. Kann ich jetzt eigentlich öfter auf ein Ziel machen? Ja. Ich denke schon, oder? Ja. Hier betäuben. Äh. Äh, das war Aua. Oh, das war's. Oh, das... Äh. Kein Loot? Ach, da drüben. Ähm. Ähm. Freu dich, freu dich. Der Questmeister ist ganz am Anfang... Überall verstreut. Okay. Dann laufen wir mal. Äh. 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 Oh, die Sonne scheint gerade so schön durchs Fenster. Überall den ganzen Tag eher so nebelig und so. Aber jetzt geht's hier richtig los. Und es ist schon halb, äh, sieben. Krass. So, wenn wir jetzt noch, äh, in diesem Leben beim Questgeber ankommen, wäre das schön. Dann kann ich nämlich den Part auch beenden. Äh. Muss leider weg. Ist ja nett, aber ich muss jetzt leider aufhören nach diesem Part. Deswegen, äh... Leider nein. Ups, so, jetzt häng ich hier fest. Äh. Okay. Das war ein Drehwurm. Huh, 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 huh. So. Ähm. Der steht zwar eigentlich ganz woanders, aber macht ja nichts. Dankeschön. Und der andere ist am Anfang. Bye, bye. Dann muss ich jetzt noch einmal quer durchs Gemüsebeet. Klar, ich könnte mich jetzt auch rausporten, reinporten, aber... Ich habe Angst, dass die dann weggehen und dann komme ich nicht mehr wieder zurück. Und so lange ist das ja nicht. So, und schwuppdiwupp. Wollte ich auch noch welche mitnehmen können. Naja. Nicht so schlimm. So, so. Guten Tag. Was? Ich habe was verpasst? Oh, nein. Äh, erstmal kurz gucken, was ich da nehme. Ich habe was verpasst. Der Horx Maske. Hä? Ähm. Ach so. Ja. Aber die ist ja jetzt weg, oder? Das kriege ich ja jetzt nicht mehr. Ich werde dann beim vorbeigehen gucken können. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin zur Zeit irgendwie mit meinen Gedanken nicht ganz da und verpasse irgendwie alles und bin irgendwie zu blöd. Es tut mir leid. Ja, tschüss. Ja, der ist jetzt nicht mehr da. Oh Mann. Ja, jetzt muss ich die nochmal irgendwann machen. Ja. Was habe ich da gekriegt? Na, nix. Wurscht. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm. Ja, schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Ich weiß es noch nicht. Ja. Tschüss. Tschüss.